Für gewöhnlich heißt es ja, alle guten Dinge sind drei und ob das auf die neue Folge von The Last of Us zutrifft? Diese Frage gehen wir hier heute in diesem Video auf den Grund. Denn mit Folge 3 ist eine Folge erschienen, die tatsächlich das erste Mal die Lager der Fans dieser Serie spalten wird oder gespalten hat. Ich wollte euch direkt erwähnen, wenn euch dieser Kanal gefällt und ihr mich vielleicht sympathisch findet oder euch einfach die Videos gefallen, die hier kommen, lasst doch gerne mal ein Abo da oder auch ein Like, würde mich natürlich sehr freuen. Und ohne weitere Umschweife heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, es ist schon wieder Mittwoch, hier ist der Flashback The Last of Us News mit Mr. Trashback. Ne, das war sehr falsch und vor allem sehr alt. Spaß beiseite. Es ist natürlich wieder The Last of Us Zeit und wie gesagt, ich habe mir die Folge 3 angeguckt. Wurde schon im Vorhinein ein bisschen mehr oder weniger nicht gespoilert, aber zumindest darauf hingewiesen, hier, die Folge ist anders. Und ich dachte mir schon so, okay, schlimm anders, gut anders, wie muss ich es einordnen? Ich bin also in die Folge mit einer gespaltenen Meinung reingegangen, beziehungsweise mit Vorsicht reingegangen. Aber starten wir direkt mal in die Folge rein und ich erzähle euch meine Meinung zu ein paar Szenen. Wir sehen erstmal Joel und Ellie in einem Wald hocken. Es gab kein Flashback in dieser Folge, wir sind auch direkt ins Intro gestartet und wie gesagt, Ellie und Joel saßen im Wald. Da es keinen Rückblick gibt, dafür gibt es auch einen guten Grund, kommen wir aber später zu. Auf jeden Fall muss ich sagen, diese Folge hat für Ellie, also hat mir Ellie in der Hinsicht nochmal mehr gezeigt, dass sie wirklich noch ein Kind ist, was in dieser Zombie-Apokalypse aufgewachsen ist. Also was die normale Welt nicht gekannt hat. Das ist eine Sache, die wird in dieser Folge tatsächlich sehr, sehr gut erklärt, beziehungsweise dargestellt. Komme ich auch gleich noch an ein paar Punkten drauf zurück. Auf jeden Fall, wir merken natürlich, Joel ist immer noch ein wenig getroffen, dass halt Tess den Löffel abgegeben hat in der letzten Folge. Rest in Peace, Tess. Was ich auch sehr gut finde, denn normalerweise ist es ja so, dass in Serien, Filmen oder Spielen die Tod von einem Charakter meistens so innerhalb von ein paar Sekunden abgefrühstückt ist. Aber hier kann man sagen, bis zur letzten Szene dieser Folge merkt man Joel an, dass es halt, ja, ihm noch schwer im Magen liegt, sagen wir es mal so. Nach wie vor ist das Ziel der beiden, ja, zu Bill und Frank zu kommen. Bill und Frank kennen die Leute, die die Spiele gespielt haben, zumindest Bill kennen wir besser. Und, naja, sie sind auf dem Weg zu diesen beiden hin, da sie ja immer noch das Ziel, oder da der Joel immer noch das Ziel verfolgt, Ellie zu den Fireflies zu bringen, beziehungsweise halt zu einem Punkt zu bringen, wo sie halt mit ihrer, ne, Immunität und so, ihr wisst wohin. Auf jeden Fall auf dem Weg dahin ist, wie gesagt, perfekt einfach die Beziehung zwischen den beiden fängt halt langsam an, warm zu werden. Man merkt das so hier und da. Ellie fragt sehr viel, muss man auch sagen. Es ist aber, wie gesagt, es spiegelt perfekt ihre Jugendlichkeit und ihr Kindlichkeit, sag ich mal, noch da. Zum Beispiel diese eine Szene, wo sie halt, wo sie an dem Flugzeug vorbeigehen und Ellie so fragt, ja, warst du schon mal in so einem Ding drin, bist du damit schon mal geflogen? Und Joel sagt, ja, hier und da und so, bla bla bla. Es ist übel, übel, überwucher, zwölf Euro für ein Sandwich oder so, sagt er ja, oder zwölf Dollar für ein Sandwich. Und Ellie ist halt mehr fasziniert darüber, dass er in einem Flugzeug geflogen ist. Sie hat das halt nicht erlebt, sie weiß halt nicht, wie das funktioniert hat und das ist überhaupt so, ne, also sie kennt es ja nur aus Erzählungen. Außerdem werden auch ein paar Fragen gestellt bezüglich der Infektion. Ellie fragt nämlich, ja, hier, wie ist das überhaupt passiert? Lustiger Effekt an der Stelle, ich finde es super geil, wie Joel so sagt, hier, du gehst auch in die Schule und sie sagt, ja, in die Federer Schule, sie wollen ja nicht, die erzählen uns ja nicht das, quasi wie sie eine Seuche quasi nicht unter Kontrolle hatten. Fand ich übel lustig, aus welchem Grund auch immer. Ich fand es irgendwie lustig, wie dieser, dieser Federer-Disto da war. Fand ich irgendwie sehr lustig. Auf jeden Fall erzählt uns hier Joel quasi das, was ich letzten Part sehr kurz angeschnitten habe. Der Cordyceps ist mutiert, hat sich in Getreideprodukten, Mehl und so einen Scheiß halt abgesetzt. Das haben die Leute gegessen und haben sich deswegen verwandelt. Klingt im ersten Moment, finde ich, so ein bisschen dahergesagt, ja klar, die haben es gegessen und haben sich deswegen verwandelt, so innerhalb von einem Tag. Aber ich finde es tatsächlich relativ realistisch sogar, weil man muss ja sagen, natürlich gibt es Leute, die holen sich Mehl und benutzen das zwei Wochen nicht, logisch. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die brauchen das Mehl jetzt. Und es gibt ja auch nicht Infizierte, bedeutet die Leute, die erst Mehl gekauft haben, um es vielleicht erst in zwei Monaten zu brauchen, die sind nicht infiziert. Deswegen, ich finde es gar nicht mal so verwerflich, dieses, dass halt alle, die davon gerade in diesem Zeitraum gegessen haben, wirklich daran, also die Infektion quasi bekommen haben. Klar, es hört sich ein bisschen sehr, sehr nach krassen Tobak an, aber es ist schon, finde ich, ganz relativ realistisch gehalten. Auf jeden Fall möchte Joe nun eine Abkürzung durch den Wald nehmen, weil er Ellie etwas nicht zeigen will. Dadurch triggert er Ellie natürlich vollkommen und sie sagt, ja, nee, jetzt muss ich es sehen. Typisch Kind, man kennt. Und ja, sie sehen halt ein Massengrab von Skeletten. Und Joe erzählt halt, ja, wo es halt zum Ausbruch kam, wurden halt natürlich nicht alle Infizierten, alle Nicht-Infizierten hatten nicht unbedingt alle eine Unterkunft. Und die, die halt keinen Platz mehr hatten, wurden halt hingerichtet, weil wer tot ist, kann sich nicht infizieren, kann die Infektion nicht weitertragen. Irgendwo ja ein logisches Denken, muss man sagen. Natürlich sehr brutal und ich finde es unfassbar krass, wie auf Ende dieser Szene wird quasi auf ein Skelett gesoomt, was halt nur ein Stofffetzen dran ist, was wie nachher dann erfahren ein Kleid ist. Ich finde es sau heftig. Daneben liegt halt auch ein Babyskelett. Und Snap, nächste Szene ist, diese Frau in diesem Kleid, wessen Stofffetzen wir da gesehen haben, mit dem Baby, wessen Stofffetzen und Skelett wir auch gesehen haben, in den Armen und werden von dem Militär halt abgeholt und wegtransportiert. Wir sind in irgendeiner kleinen Stadt. Ich habe den Namen gerade vergessen. Und auf jeden Fall lernen wir dann quasi, in Anführungsstrichen, Bill kennen. Und zwar sitzt er in seinem kleinen Bunker und wartet einfach ab, dass sich alle da verpissen, weil er sagt, okay, das ist hier nur von der Regierung, das ist inszeniert. Nennt sich ja selbst Survivalist. Und ja, wir sehen auch, er ist verdammt gut ausgestattet. Er hat unfassbar viele Waffen, er hat sehr viele Vorräte, er hat alle mögliche Technologie, Kameras, Sicherheitssysteme und, und, und. Nachdem die Leute abgezogen sind, nimmt er natürlich seine Gasmaske, rennt raus und sichert die Gegend und guckt halt nach, sind wirklich alle weg. Bill zieht seine Gasmaske ab. Und in welches Gesicht blicken wir da? In das von Nick Overman. Und ich muss sagen, die Besetzung, auch in dem Fall wieder optisch, eine glatte 10 von 10. Ich finde, sie hätten niemand besseren für Bill finden können. Rein optisch schon und auch von der Art her hat er es saugut rübergebracht, die ganze Rolle. Wie gesagt, wir befinden uns nun in dem Flashback, den wir am Anfang der Serie nicht gesehen haben. Und wir sehen, Bill ist vorbereitet, er ist fucked. Er macht das, was wir uns alle als Beispiel vornehmen sollen. Er klappert direkt Handstellen ab, holt sich Benzin, Diesel, was weiß ich. Er klappert alle möglichen Vorräte ab, holt sich direkt alles hin, um sich direkt einzuzäunen und einen sicheren Ort, eine sichere Base zu bauen. Er baut unfassbar viele und kreative Fallen auf und ja, lebt da halt sein Leben einige Zeit. Auf jeden Fall haben wir hier nicht nur ein Flashback, wir haben hier quasi ein Fast-Forward-Back-Flash oder sowas in der Art. Denn in diesem ganzen Flashback gehen wir immer weiter Richtung Jetzt-Zeit, in der halt The Last of Us hauptsächlich spielt. Denn eines Tages löst eine Falle bzw. ein Alarm einer Falle von Bill aus. Er geht raus und hört direkt aus dem Loch schon brüllen, hier, ich bin nicht infiziert und a.k.a. es ist ein Mensch. Dieser Mensch stellt sich ans Frank heraus und die, die The Last of Us Spiele kennen, wissen zumindest angedeutetmäßig, dass Bill und Frank ein Pärchen waren bzw. Partner bzw. zusammen waren. In den Spielen wurde es immer nur sehr, sehr vage angedeutet, also wurde nicht hundertprozentig bestätigt, aber es ist schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gewesen. Auf jeden Fall ist dieser Frank extrem durchgehungert, denn er hat drei Tage nichts gegessen. Ja, er merkt dann auch schnell selber, dass es sich gar nicht so viel oder so lang anhört. Auf jeden Fall lässt sich Bill rumschlagen und sagt, okay, hier, Junge, du kriegst was zu essen, danach kannst du dich gerne verziehen. Was mich schon zum ersten Kritikpunkt hinleitet, denn dieser Bill ist in mancher Hinsicht halt nicht so wie der Bill aus den Spielen, denn der Bill aus den Spielen hat wirklich, ist sehr, 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 sehr paranoid. Ist dieser Bill auch, aber halt, er lässt halt innerhalb von drei Sekunden so, nein, doch, nein, doch, okay, lässt der Frank einfach in sein Haus und serviert ihm auch noch gefühlten drei Gänge, fünf Sterne Menü mit sehr gutem Weinaugenscheidling. Auf jeden Fall muss ich sagen, diese erste Szene, dieser erste Kontakt zwischen Bill und Frank, muss ich sagen, war mir zu schnell. Also es war von, okay, ich vertraue dir nicht, verpiss dich, okay, ich gebe dir nur ein Essen, okay, wir reden, verstehen uns und okay, ja, wir landen im Bett. Das ging verdammt schnell, ein bisschen zu schnell, finde ich, hat in dem Moment einfach nicht für mich realistisch genug gewirkt. Auf jeden Fall geht der nächste Timeskip nach vorne und wir sehen, ja, die beiden haben jetzt schon ein paar Jährchen in einer Beziehung gelebt und ab diesem Moment ist die ganze Folge, finde ich, unfassbar genial, denn, und das ist der Punkt, der es so cool macht, es wird einfach nicht extrem rauf rumgeritten, dass die beiden schwul sind. Das ist einfach normal, was es ja auch sein soll, wie es ja auch richtig ist. Und die ganze Folge ist einfach wunderbar, es zeigt einfach diese Dynamik zwischen den beiden, sowohl die positive als auch negative Frank, der eher so optimistisch, sympathisch, der sich so denkt, ach, weißt du was, wir müssen die Gegend hier doch schick machen, es könnte ja sein, dass wir Freunde mal einladen. Bill, der sagt, hier, wen sollen wir einladen, wir haben keine Freunde, scheiß drauf, wir sind hier unter uns, wir sind so sicher, es ist gut so. Auf jeden Fall bekommen wir dann mit, dass Frank anscheinend Kontakt mit einer Frau aufgenommen hat übers Funkgerät und diese potenziell auch gerne einladen möchte, was natürlich Bill ein bisschen verärgert. Und ja, was soll ich sagen, Überraschung, Überraschung, diese Frau war Tess und wen sie natürlich mitbringt, ist Joel. Und da möchte ich direkt mal sagen, das Make-up in dieser Folge, was das Altern der Charaktere angeht, ist einfach eine 10 von 10. Da ist nichts CGI, das ist alles nur Make-up, Perücken und Maskenbildnerei. Das ist unfassbar, sowohl bei Joel, den sie hier quasi jünger dargestellt haben, als er in der Hauptserie eigentlich ist, als auch Bill und Frank, die ja anfangs relativ jung waren und halt zum Ende hin auch alt sind. Unfassbar geiles Make-up, muss man einfach an der Stelle gesagt haben, fettes Respekt an der Stelle mal wieder. Auf jeden Fall, das ganze Gespräch zwischen den Vieren bezieht sich halt hauptsächlich auch auf Handel, den sie eingehen können, aber natürlich auch auf irgendeine Art von Freundschaft. Und naja, Bill und Joel, man merkt schnell, die sind sich ziemlich ähnlich, aber gleichzeitig sehr verschieden, denn sie sind beide sehr skeptisch, weil Bill einfach die ganze Zeit seine Waffe so auf dem Tisch hat und so sagt so, hier, ich vertraue keinem von denen hier, ich mache hier und ich behalte die Knarre auf dem Tisch. Frank und Tess verstehen sich auf Anhieb, gehen dann rein, der zeigt ihr Haus und hin und her. Und wir finden auch raus, dass Frank den Musikcode aus Folge 1 quasi sich ausgedacht hat. Der betitelt, dass wenn 80er Musik läuft, dass was schief läuft oder dass halt Gefahr ist. 70er und 60er hatten ja auch noch eine Bedeutung, weiß ich gerade nicht mehr. Aber interessanterweise hat Frank diesen Code quasi sich ausgedacht. Und Joel redet mit Bill und sagt hier, eure Mauern bzw. euer Zaun ist zwar stabil, aber es werden Menschen kommen, es werden Leute kommen, die das hier einnehmen wollen oder es überfallen wollen. Und man muss einfach sagen, dass es bis dahin noch nicht passiert ist, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber lassen wir einfach mal für den Verlauf der Story da. Naja, hätte Joel's nicht mal gejinxt, aber hat er ja. Und Szenen später greifen Leute an und wir sehen dann erstmal, wie kreativ manche Fallen wirklich von Bill waren. Und es ist einfach ein enorm cooler Fight. Und naja, Bill wird angeschossen, weil er dumm, wie er in dem Moment war, einfach open field auf der Straße stand in einem Schusswaffenwechsel. What the fuck? Bill? Warum? Auf jeden Fall verarztet Frank ihn und wir denken für ein paar Sekunden, okay, das war's mit Bill. Jetzt ist Bill tot. Was uns natürlich schockiert hätte, weil es nicht so ist wie den Videospielen. Aber nein, wir sehen, Bill hat überlebt. Aber leider hat Frank anscheinend eine sehr, sehr schwierige, unheilbare Krankheit. Es wird nicht gesagt, welches es ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, sie sind schon jetzt sehr, sehr alt. Wir sind zu dem Zeitpunkt, meine ich mal, ein paar Jährchen nur noch davon entfernt, wieder in der richtigen Jetzt-Zeit zu sein. Und ja, sie haben eigentlich weiterhin ein sehr, sehr gutes Leben. Sie hatten halt ein glückliches Leben. Es gab auch viele schöne Szenen dazwischen noch. Zum Beispiel, sie haben einen Tausch mit Tess gemacht für Erdbeersamen. Und es sind halt Erdbeeren. Und man sieht halt, wie glücklich die darüber sind. Weil ja, ich kann mir vorstellen, in der Apokalypse frische Erdbeeren zu bekommen, ist schon herbegeil. Auf jeden Fall sagt Frank aber, er möchte das nicht mehr. Er möchte jetzt sterben. Das ist sein letzter Tag. Und er möchte ihn so haben, wie er es gerne möchte. Er möchte Bill heiraten, was sie auch machen. Er möchte, dass er ihm wieder mal ein wunderbares Essen serviert. Und möchte dann mit einer wahrscheinlich herben, heftigen Überdosis an Schlaftabletten im Wein ruhig einschlafen und dann sterben. Natürlich gefällt das Bill ganz und gar nicht. Und er weigert sich anfänglich auch dagegen. Und ab dem Punkt ist halt die Folge wirklich enorm abgeflacht von der Emotion her. Also ab dem Punkt war die Emotion so traurig. Weil man halt denkt so, warum? Nein, bitte nicht. Und ich muss aber sagen, im Verlauf dieser Szene habe ich aber auch schon gedacht, okay, warte mal, Bill ist aber so unfassbar alt, älter als er in den Spielen zum Zeitpunkt, wo wir ihn in den Spielen kennengelernt haben, war. Auf jeden Fall, das Abendessen kommt, Bill mischt Frank seinen Wein an, der ext ihn weg und im gleichen Abendzug macht Bill das Gleiche. Und Frank sagt so, in der Weinfasche waren auch schon diese Schlaftabletten, oder? Und Bill so, ja, ja, genug, um einen Elefanten-K.O. zu schlagen. Und ja, das ist der Punkt, wo sich halt jetzt die Meinungen spalten. Denn das weicht sehr von der Story von The Last of Us ab. Bis hierhin muss man sagen, es ist schön gewesen, Bills Charakter endlich mal ausgebauter zu sehen. Auch Franks Charakter. Weil Frank sehen wir als, ja, Hangman, fies ausgedrückt. Und Bills Charakter wird halt auch im Spiel nur so immer ein bisschen, also wird schon gut erklärt, aber halt immer nur leicht so. Dieses offensichtlich, es geht ja nicht um seine Geschichte, geht ja nicht um seine Geschichte so. Und deswegen fand ich diese Folge schön. Wir haben die Geschichte von Frank und Bill gesehen und wurde uns wunderbar erzählt. Auf jeden Fall gehen die beiden nun ins Schlafzimmer, um sich halt zum Sterben, ja, bereit zu machen und hinzulegen. Bis zu dem Zeitpunkt war mein Gedanke immer noch so, okay, vielleicht hat Bill auch Frank einfach nur verarscht und sagt so, hey, nee, hier, damit du dich beruhigst, ich werde auch sterben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das hätte nicht zu dem Charakter, zu diesem Bill gepasst, den wir hier in dieser Serie kennengelernt haben. Dass er sagt, ja, okay, ohne dich möchte ich trotzdem weiterleben. Hätte nicht gepasst. Hätte zudem aus dem Spiel gepasst, weil der einfach so, der hat ja auch nie öffentlich gesagt, jo, das ist mein Lebensabschnittsgefährte gewesen. Nein, er hat gesagt, ja, das ist mein Partner gewesen, was ja auch sehr, sehr flächendeckend viel bedeuten kann. Ein paar Tage, Monate, Jahre, ich weiß gerade nicht genau, was der Zeitsprung war, sind wir dann wieder bei Ellie und Joel in der Jetzt-Zeit. Und sie kommen langsam, aber sicher halt bei Bills zu Hause, bei dieser kleinen Vorstadt halt an und, ja, gehen rein und merken halt schon, okay, hier ist keiner. Hier ist alles sehr, sehr ruhig und leer und, naja, auf jeden Fall findet Ellie einen Brief von Bill an wen auch immer, höchstwahrscheinlich Joel. Übel lustig. Ich fand das auf diesem Zettel so was von funny. Einfach dieses so, ja, für immer, den er es auch liest. Oder halt sehr wahrscheinlich Joel. War irgendwie unfassbar lustig und hat einfach perfekt diesen Humor von Bill halt oder diese, ja doch, diesen Humor von Bill wiedergespielt. Auf jeden Fall in diesem Brief schreibt der, jo, hier, wenn du das liest, sind wir beide tot. Wir haben das Fenster aufgelassen, damit es hier drin nicht so riecht. Überhaupt der ganze Brief, den Ellie da vorliest von Bill, war einfach auch dieses, ich weiß nicht mehr, aus was für einem Punkt diese Lache da hingekommen hat, wo er dann halt wirklich im Brief halt hehehehe geschrieben hat. Und Ellie, das halt auch genauso vorliest, war einfach unfassbar lustig. Naja, was soll ich sagen? Er hat gesagt, hier geht besser, bitte nicht ins Schlafzimmer. Das ist, ja, wahrscheinlich kein schöner Anblick. Nimm dir alles, was du brauchst und, ja, versuch damit, Tests zu beschützen. Hat ja nicht so gut geklappt und das war dann nochmal so ein kleiner Bruch. Sowohl Ellie musste stocken als auch Joel. Auf jeden Fall, es geht weiter. Es war ein Autoschlüssel dabei gelegt und die beiden machen sich frisch, gehen duschen und ziehen. Nochmal, an der Stelle muss erwähnt sein, einfach die spielakkuratesten Klamotten der Welt an. Ellie hat ihr spielgetreues Outfit und Joel auch. Und da fängt auch schon an, die Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen aufzuwärmen, weil Ellie sagt sowas, oh, schick hat er sich gemacht. Und es war so ein, dieses shaky miteinander so. Es ist halt so, langsam merkt man, wie die beiden warm werden. Auf jeden Fall schwingen die beiden sich mit ihren gepackten Sachen, Waffen und, und Vorräten, was weiß ich, ins Auto. Und, ja, da kommt es zu der nächsten Szene mit Ellie. Ellie hat noch nie ein Auto gesehen. Und, also zumindest noch nie in einem drin gesessen und weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das war so unfassbar gut dargestellt. Allein, wo Joel zu ihr sagt, so, ja, schnall dich an, guckt ihn so fragend an, so, was, 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 was fehlt da von mir, was wir anschnallen, was ist das? Unfassbar geil dargestellt. Alles, wie sie dieses Auto bewundert, sie sagt, ja, es ist wie ein Raumschiff. Die hat es halt noch nicht gesehen und das war durchweg durch diese ganze Folge unfassbar gut dargestellt einfach. Auf jeden Fall, die beiden fahren los. Sie schmeißen noch eine Kassette ein, was auch wieder 1 zu 1 Spielereferenz ist. Fahren Richtung Sonnenuntergang und, ja, ne, die Kamera zoomt raus. Und wir sehen, wie sie ins offene Schlafzimmerfenster von Frank und Bill zoomt, mehr oder weniger. Jetzt kommt es zu dem Punkt, den ich halt an dieser Folge so schade finde und vor allem, der die Folge leider einfach, ich will nicht sagen wertlos macht, aber auf jeden Fall unnütz. Und zwar, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass Bill und Frank beide tot sind, war diese Folge einfach nur verschwendetes Potenzial. Denn Bills Charakter ist so gut in dieser Serie dargestellt, ist ein so cooler Charakter, der hätte so viel Hammer-Szenen haben können. Jetzt kommt es aber zu dem Punkt, was sehr viele Leute sagen, die ein Video hier drüber gemacht haben und uns auch sehr viele Leute in den Kommentaren sagen, hier, wir haben die Leichen nicht gesehen, also die Körper. Und das ist eine ungeschriebene Filmregel, das habe ich schon mal erwähnt. Da, wo keine Leichen oder Körper sind, ist dieser Person nicht unbedingt tot. Natürlich muss man hier sagen, es kann natürlich auch, oder es ist sehr wahrscheinlich einfach ein Stilmittel gewesen. Sie wollten nicht zeigen, wie sie da tot liegen. Sie wollten einfach nur sagen, okay, sie sind tot. Aber es wäre wesentlich, wesentlich besser die Folge, wenn Bill doch noch am Leben wäre und wenigstens einen kleinen, in einer Folge einen kleinen Auftritt nochmal irgendwo hat. Wäre einfach wesentlich besser. Man muss sagen, dieser Part ist halt einfach nicht spieleakkurat. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, aber es ist schade. Es stellt diesen Charakter einfach als, quasi als unnötig. Die Geschichte ist erzählt worden, er ist tot. Ja, eine Folge, einen Charakter, den wir nie wiedersehen werden. Das ist halt einfach schade. Dann kommt es auch zu dem Punkt, was ich unfassbar geil an dieser Folge finde. Also ich muss sagen, die Folge, ich würde ihr, wenn ich Bewertung geben würde, ich würde sagen, im Vergleich zu den ersten zwei, sieben, sieben von zehn, sieben bis acht von zehn, weil die unfassbar gut war, die Folge. Sie war unfassbar geil, diese Geschichte war unfassbar schön erzählt. Und jetzt, wie gesagt, es kommt zu dem besten Punkt. Es ist nicht erzählt worden, um einfach eine Quote zu erfüllen. Und das ist ganz wichtig. Es wurde nicht gesagt, okay, wir packen hier ein schwules Pärchen rein, um einfach die Quote abzudecken. Nein, es wurde eine organische Geschichte erzählt, die einfach nicht quasi nur dafür da war, um halt Homosexualität in die Serie zu bringen. Ist ja auch ein wichtiger Punkt in den Spielen und finde ich auch super gut. Aber wie gesagt, es wurde nicht erzwungen und das war das Schöne. Aber durch Bills Tod wirkt es leider wieder so, als würde man sagen, okay, wir haben hier jetzt die Folge. Bill ist tot, aber wir haben das Thema Hauptsache angekratzt. Finde ich schade. Haben sie ja Ähnliches gemacht in The Last of Us 2. Das ist ein ganz anderes Thema. By the way, Staffel 2 ist bestätigt. Es wird Staffel 2 von The Last of Us der Serie geben. Wahrscheinlich basieren sie auf dem Spiel Part 2. Und ich habe Angst davor, weil Part 2 ja wirklich sehr, sehr schlimm war. Nicht schlecht, aber schlimm. Ist ein anderes Thema, kann ich gerne mal ein Video drüber machen. Am Ende muss man sagen, wenn Bill am Leben wäre, wäre es wesentlich besser. Diese Folge hätte ihren Sinn gehabt und Bill wäre kein verschwendeter Charakter gewesen. Wenn wir davon ausgehen, was sehr wahrscheinlich der Fall ist, dass wirklich Bill und Frank tot sind, war diese Folge verschwendetes Potenzial und es wirkt, keine Andeutung, dass es wirklich so ist, aber es wirkt leider wieder so, als wäre es einfach nur reine Quotenerfüllung. Ist es aber trotzdem nicht. Vom Gefühl her ist es es einfach nicht. Nur durch den Tod macht es das halt wieder so gleichgültig. Das ist das, der Punkt, der halt ein bisschen schade ist, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, man muss sagen, es wird hier nicht drauf rumgeritten. Wie in manch anderen Serien und Filmen und Spielen mittlerweile hier auf diesem Thema rumgeritten wird. Das ist ein eigenes Thema und viel zu großes und viel zu heißes und krass herbes, wichtiges Thema, was halt sehr, sehr scharf ist, gibt es genug Videos zu dieses Erklären. Auf jeden Fall finde ich es gut, wie sie es gemacht haben, weil es war, wie gesagt, nicht der Mittelpunkt dieser Folge, was sehr, sehr wichtig ist. Es war nicht der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt waren diese zwei Charaktere, nicht ihre Sexualität zueinander. Und das war, finde ich, super gelöst. Deswegen ist die Folge auch sehr, sehr stark. Natürlich nicht so stark, finde ich persönlich, wie die ersten zwei. Aber am Ende muss man halt sagen, wenn sie beide tot sind, hauptsächlich halt Bill, ist es verschwendetes Potenzial gewesen. Und das wird die Folge auch ein wenig schlechter ranken, finde ich. Also die würde aufgewertet werden, wenn Bill am Leben wäre. Aber halt ein bisschen mieser gerankt, wenn sie halt wirklich einfach nur verschwendetes Potenzial hervorgebracht hätte. Aber jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir bitte gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin immer sehr interessiert, das wisst ihr. Ich antworte auch immer gerne auf alle Kommentare, weil ich bin sehr interessiert, wie eure Meinung dazu ist. Und ich weiß auch, dass sehr viele von euch in The Last of Us auch aktiv am Gucken sind und auch ihre Meinung dazu haben. Deswegen würde mich es absolut interessieren. Und schreibt auch gerne mal hin, ob ihr glaubt, kommt Bill vielleicht doch noch zurück oder war es wirklich das für den Charakter? Meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich das gewesen sein. Leider, aber nichtsdestotrotz. Abgesehen davon, schreibt mir aber auch gerne mal, wie die Folge sonst so war. Also mal den Mittelteil der Folge rausgenommen. Wie fandet ihr die Dynamik zwischen Joel und Ellie? Also sie ist ja wirklich gut dargestellt gewesen in den paar Szenen, die sie da waren. Ich finde, man merkt langsam, es taut auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in Folge 4 auch das erste Mal wirklich diese emotionale Bindung zwischen den beiden noch verstärkt werden kann. Denn ich könnte mir vorstellen, dass in der nächsten Folge es vielleicht einen Blick auf diese typischen Banditen geben wird, die sich, naja, dann zwischen die beiden drängen und Joel halt vielleicht auch seinen Rage erlebt, den er in den Spielen bekommen hat, in manchen Szenen, der einfach nur brutal war. Und halt da ist diese Bindung zwischen den beiden nochmal verstärkt und vor allem darstellt. Ich bin gespannt. Wir sehen uns am Montag. Und natürlich werde ich auch dazu wieder ein Video machen. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Falls euch interessiert, was ich von den anderen zwei Folgen bis jetzt gehalten habe, checkt sie gerne mal aus. Sind natürlich hier überall irgendwo verlinkt. Oder ansonsten geht einfach auf den Kanal und findet sie selbst. Vielleicht seht ihr auch ein paar andere Videos, die euch gefallen könnten. Aber ich möchte jetzt nicht noch länger um den heißen Brei rumreden und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann wieder auf derselben Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.